Seit es Antibiotika gibt, werden sie auch von der Landwirtschaft in missbräuchlicher Weise verwendet, indem völlig gesunden Tieren Antibiotika verabreicht werden. Tiere, die das eigentlich nicht brauchen. Antibiotika-Resistenz ist eine globale Krise. Das Problem der Antibiotika-Resistenz hat aufgrund der Alarm-Levels erreicht. Die extensive Druck-Resistenz-Tuberkrosis hat in 105 Ländern identifiziert. Das ist wie Armageddon, denn das bedeutet für die Medizin das Ende der Antibiotika als Heilmittel. Wenn wir nichts gegen Antibiotika-Resistenz unternehmen, könnten schon in 35 Jahren 10 Millionen Menschen jährlich sterben. 10 Millionen. Politiker handeln erst, wenn der Tsunami da kommt. Das bereitet mir Sorgen. Es ist wichtig, dass wir uns nicht einfach vom Schlachtfeld zurückziehen. Wenn wir tatsächlich all unsere Antibiotika verlieren, wäre das wie eine Bombe, die die Gesundheitssysteme weltweit zerstören würde. Das wäre dann klar, dass wir uns da nicht nachvollziehen. Das wäre dann das interessantes, dass wir uns nicht verlieren, dass wir uns nicht verlieren. Und das wäre dann da ein bisschen wie eine sage. Denn die Liebe nicht nur im Auftrag des ZDF-DF. Vielen Dank.